Was hießt du mich? Hörst du mich? Was hab ich dir getan? Warum zerstörst du mich? Fühlst du mich? Spürst du mich? Wenn du mich nicht mehr liebst, warum berührst du mich? Hörst du mich? Sagen, glaubst du mich? Dass es besser ist, du lebst dein Leben ohne mich. Erkennst du mich? Verstehst du mich? Warum bist du überhaupt noch hier? Was willst du noch von mir? Augen auf, er sieht, versteht, wie kaltlos die Zeit vergeht. Wie sich der Tiger dreht, unentweht, er steht nicht still. Du weißt nicht, was du willst, du weißt nicht, wo du stehst, du weißt nicht, woher du kommst, wohin du gehst. Du weißt nicht, was die Zeit, was am Ende für dich bleibt. Warum bist du so glatt, so kalt, so ernstlos? Du weißt nicht, was du weißt, weißt nicht, woher du kommst. Sag mir, was du rund, ob du mich noch brauchst. Wenn es einfach nicht mehr liebst, wenn du mich nicht, wo du kommst. Warum bist du noch hier? Warum bist du noch hier? Was willst du noch von mir? Was willst du noch? Was willst du noch? Was willst du noch hier? Das ist Dave Gerhäuser, hier wieder. Guys, tonight I prepared for you a little demonstration of some of these lures that I made. I tried to do a video earlier with my dog, Doc, but it didn't work out so good. So anyway, what I'm going to show you here in a moment is my Darton Gobi in a cooler that I have set up here with some water in my living room. Now I'm going to drop this Gobi in there, and you guys kind of get an idea of what this thing looks like in the water. Now this is a lure I'm going to take and focus in on it.